Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute nur ein Erklärungsvideo und ja, es tut mir leid, dass keine Forest Camp Folgen mehr gekommen sind, das wird sich aber ändern, weil ich das will und ja, es sind deswegen keine Forest Camp Folgen mehr gekommen, weil erstens ich nicht die Zeit gehabt habe, um das zu schneiden. Und zweitens, weil, ja, weil ich, also ich habe zwei Videos noch aufgenommen, wo ich suche, ich weiß noch nicht, ob ich sie, ob ich sie hochlade oder nicht, weil, ja, weil da bei einem baue ich ja nur das Camp ab. Und beim zweiten suche ich nur, also das mit dem Abon werde ich wahrscheinlich eh posten, aber sonst wahrscheinlich nicht. So, dann das Nächste. Was wird jetzt mit Forest Camp passieren? Ja, eigentlich nichts, weil ich mache trotzdem noch Forest Camp, nur auf einem anderen Platz und das filme ich dann auch. Nur jetzt werde ich nur die Sachen herholen, also zum anderen Camp und ja, wird sich der Name verändern? Nein, der Name wird sich nicht verändern, weil für was, das ist ja das gleiche Prinzip, nur halt ein bisschen weiter weg vom alten Platz. Ja, was ist mit Trendy THX? Mit Trendy THX ist nichts, ich habe dazu schon ein Video gepostet, das werde ich euch dann am Anschluss noch einblenden und ja, er macht auch nicht mehr bei Forest Camp mit. Und das war's eigentlich. So, das Nächste. Wieso habe ich Musikvideos gepostet? Musikvideos habe ich gepostet, weil die Musik mir gefallen hat und ich sowas auch mal ausprobieren wollte. So. Ähm, ja. Sonst, ich überlege gerade noch, ob ich was zu sagen will oder nicht. Ja, Forest Camp, falls die Leute das noch nicht wissen, was ist Forest Camp für ein Projekt. Forest Camp ist ein Projekt, wo wir, also ich jetzt nur noch, äh, mit Hand Sachen aufbauen, im Wald, ohne Hilfe, ohne, ja ohne Messer oder irgendwas. Einfach nur mit den Händen und was man halt so im Wald findet. Und, ja, den Platz, den werde ich euch dann noch in einem anderen Video zeigen, wo ich dann das neue Projekt so, also neue Projekt, wo ich den Platz ankündige und ihn zeige und beschreibe, wie ich es haben will und so. Und, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt mit den Los Blazers ist, weil ich muss die Los Blazers erstmal finden und dann dort filmen. Und das ist halt schwer, weil bei mir, wo ich wohne, in der Nähe gibt es nicht viele Los Blazers. Deswegen muss ich erstmal schauen und dann hinfahren und aufnehmen. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Vorschläge habt, was Forest Camp angeht, angeht, schreibt es in die Kommentare, was auch immer. Was ich bauen kann, wie ich was umsetzen kann, schreibt es einfach in die Kommentare, da hilft, helft ihr mir auch sehr. Und, ja, dann muss ich noch sagen, bis dahin, bleibt schlau. Tschau, tschau, tschau. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein ernstes Video, aber auch ein kurzes Video. Und zwar, es geht um Wendy TRX. Ich und Wendy TRX haben, also eher ich, habe beschlossen, dass ich mit Wendy TRX nicht mehr aufnehmen will. Und, ja, es wird nichts ändern, wenn ihr jetzt irgendwas in die Kommentare schaut oder mir auf Instagram, ich weiß, es kann, egal, unten seht ihr meinen Instagram-Namen. Ähm, und, ja, es wird nichts daran ändern, ich habe die Entscheidung schon gefehlt, ohne Wendy TRX. Weil seine Meinung ist mir prinzipiell egal. Und, ja, falls jemand wütend oder sowas ist, es tut mir leid, aber es ist jetzt mal so. Und ich habe da eine, das ist ein persönlicher Hintergrund. Und deswegen, ja, deswegen will ich mich nicht mehr mit dem aufnehmen oder live streamen oder sowas. Und ich hoffe, ihr versteht das. Bis dann, Pöpslau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.